Und als ich aufgestanden war, war schon 8.30 Uhr. Ich hätte um 8 Uhr schon da sein sollen. Komm, das war das Gruseligste, wenn du aufwachst und bist so, es ist erstaunlich hell. Ich bin erstaunlich ausgeschlafen und erstaunlich, dass ich vor dem Wecker aufwache. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin dann aufgestanden und hab mir schon gedacht, ich fühl mich überraschend ausge... Ja, genau! Leute, es wird Zeit, meinen Kanal zu supporten, deswegen jetzt gleich mal abonnieren und beim Einkauf von JustLegends den Code CEO benutzen. Checkt meinen übertrieben geilen Merch aus und holt euch das süßeste Kuscheltier aller Zeiten, Wolki. Grüß, Gabi und Zeus hier! Willkommen zu Ein Holzkopf! Ein super süßer Animations-Youtuber, der leider viel zu wenig hochlädt, aber wenn er mal was hochlädt, total coole und einfach eine süße Stimme, süße Figur, cool animiert, extrem aufwendige Videos. Also man versteht auch, warum so selten Videos kommen. Ich kann mir vorstellen, so ein Ding, das dauert etliche Wochen. Los geht's, go! Wie viele Wecker brauchst du, um aufzustehen? Leute, wie viele Wecker braucht ihr, um aufzustehen? Einen oder zwei? Ich hatte zur Schule immer drei. Ich hatte früher eigentlich nur einen, aber da gab es noch keine Smartphones. Sonst hatte ich so einen blöden Radio Wecker. Erste, um mich noch die letzten Minuten mental aufs Aufstehen vorzubereiten und der zweite, um richtig aufzustehen. Und der dritte als Backup, falls ich noch nicht aufgestanden bin. Ist eigentlich ziemlich clever von ihm, oder? Und damals hat für mich das System immer gut funktioniert. Aber es wurde immer schlimmer, je älter ich wurde. So schlimm, dass ich sogar wichtig... Meine Mutter weckt mich immer. Ja, bei mir war es auch so, dann war es immer zu spät. Dann war es immer so... Was? Ich... Hm? Musst du nicht längst in der Arbeit sein? Oh. ...termine um Stunden verpasst habe. Dazu später mehr. In der Schule kann ich mich nur an wenige Male erinnern, wo ich dort zu spät war. Und wenn, waren sie immer echt lucky für mich. Denn obwohl meine Weckerstrategie sonst immer top war, habe ich einmal zum Beispiel doch mal verpennt. Und als ich aufgestanden war, war schon 8.30 Uhr. Ich hätte um 8 Uhr schon da sein sollen. Mein Glück hier war... Komm, das ist mal das Gruseligste, wenn du aufwachst und bist so... Es ist erstaunlich hell. Ich bin erstaunlich ausgeschlafen. Und erstaunlich, dass ich vor dem Wecker aufwache. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber es war der Notenvergabetag. Das heißt, als ich basically eine ganze Stunde zu spät reingekommen bin, hat mich nicht jeder angestarrt, wie normalerweise beim zu spät kommen. Nein. Denn hier waren alle einfach untereinander beim Klassenfrühstück am Quatschen. Ich habe mich dann also ganz unauffällig zu meinen Freunden gesetzt. Und ich glaube, es war dann auch egal, dass ich zu spät war. Außer, dass keine Brötchen mehr übrig waren. Es wurde aber nie was eingetragen. Und ansonsten bin ich auch meist... So ein Klassenfrühstück war super cool. Also eigentlich nicht. Das war gar keine Schule. Aber es war besser als Schule. Ich bin so froh, dass ich das niemals durchmachen musste. Als die Pandemie kam, war ich schon 30 Jahre alt. Da war nichts mehr mit Schule. Aber halt, boah, das stelle ich mir echt grausam schlimm vor. Änder zu sich. Was ist früh aufstehen? Sich bereit machen? Oder Schulweg? Nee, nee. Einfach 5 Minuten vor dem Zoom... Hätte ich ganz genau so auch gemacht. Wirklich so, wann müssten wir Unterricht haben? Wirklich kurz davor weggestellt und dann aufstehen und rein da. Call auf... Dankeschön, geht raus! An den... An die Kusser oder was? Auch mal hier ein bisschen helfen. Dankeschön für 5 Euro. Stehen. Und reinjoinen. Und dann zuhören. Wenn man will. Ich glaube, meine ganze Morgenroutine war danach einfach nicht mehr existent. Und es wurde danach nicht besser. Haha. Es wurde deutlich schlimmer. In der Uni gab es zum Beispiel immer einen Tag, an dem ich nur 2 Stunden hatte. Nur 2. Aber weil extra früh aufstehen, am Morgen... Ich glaube, den Tag habe ich eigentlich geschwänzt dann einfach. Nur dafür, dass es sich nicht lohnt, bin ich jede Woche dort immer 1 Stunde zu spät angekommen. Ich habe also immer nur die halbe vor diesem gehört. Also 1 Stunde. Und bin danach wieder nach Hause gegangen. Ja... Das lohnt sich doch dann gar nicht. Aber vielleicht hat sich das so noch viel weniger gelohnt. Und auch wenn ich mich mit Freunden treffe, komme ich schon immer so 10-15 Minuten zu spät. Was mir echt immer so leid tut, weil sie warten müssen. Aber sie sind es auch gewohnt von mir. Bei richtigen, seriösen Terminen aber, ist es nochmal viel peinlicher. Denn eines meiner ersten Termine beim Steuerberater war an einem 17. Oh, er hat einen Steuerberater, ne? Weil er so ein Businessman ist, wisst ihr? ... des Monats. Und ich dachte, der 17. wäre ein Donnerstag. Zu meiner Verteidigung, die Zahl 17 fühlt sich ab... Mein Schöter hat mal vergessen, sich stumm zu schalten. Oh, aber hat ihren Lehrer gerade beleidigt. Was? Ich weiß nur, dass ich mal... Einmal hat mich der Wecker geweckt, dann habe ich mich angezogen. Und geduscht, also nicht geduscht, aber Zähne geputzt und dann gegessen. Duschen tue ich nicht. Zumindest früh habe ich keinen Bock gehabt, in der Früh noch zu duschen. Egal, Hauptsache dann bin ich losgelaufen mit meinem Schulranzen. Und auf dem halben Weg ist mir aufgefallen, so... Irgendwie sind hier so arsch wenig Menschen um mich herum. Und dann irgendwann war ich der Meinung, so... Ich glaube, heute ist keine Schule. Und später, als ich bei der Schule angekommen bin, war ich so... Ich glaube, heute ist einfach gar keine Schule. Dann bin ich umgedreht. Wusste nicht, warum. Hab dann irgendwann meine Mama gefragt, ist heute irgendwie Feiertag oder irgendwas? Und dann war irgendwie so, ja, ja, heute ist keine Schule. Und ich fand auch so meine Fresse und sagt mir das keiner. Auch irgendwie einfach wie ein Donnerstag an. Macht das Sinn? Naja, ich war dann mittwochs in einem Café am Chillen. Bis ich dann plötzlich angerufen wurde. Hallo? Hallo, Herr Holzi? Wo sind Sie? Hä? Das muss ein Fehler sein. Unser Termin ist doch erst morgen, am 17. Heute ist der 17. Oh... Ja, ich glaube, das war kein guter erster Eindruck. Aber wir konnten das dann auf wann anders verschieben. Anders als bei anderen seriösen Terminen, wo mir noch viel Dümmeres passiert ist. Bleibt also dran, denn die waren bodenlos. In dem Moment habe ich mich aber echt dumm und unproduktiv gefühlt. Was aber in Sachen Produktivität helfen kann, ist der Browser Opera Desktop. Wahrscheinlich... Oh je, macht der etwa Werbung für die ganz schlimme Opera-Geschichte. Wo ich auch Werbung dafür gemacht habe und ohnehin auf den Sack gekriegt habe. Okay... Wo sind wir jetzt? Gibt noch andere Seriösen einen Link in der Videobeschreibung runter. Und vielen Dank... Das würde mich interessieren, jetzt abends kurz. Wurde Holzi drauf hingewiesen? Hm? 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 Die Univers... Oh, okay, doch hier. Dislike wegen der Opera-Werbung. Ich bin mir sicher, hättest du zwei, drei Videos gesehen und scharfiert, würdest du ein Placement nicht annehmen. Dann schreib doch wenigstens hin, was er gucken soll. Es gibt... Es gibt... Wört ihr machen Werbung für Brave? Und Brave soll so viel besser sein, oder wie? Okay... Hm... Hm... Krass, er bleibt echt verschont. Ist meine Community kritischer? Ich hab wirklich voll auf den Sack bekommen. Also nicht voll, aber schon... Da muss man nicht so lange suchen. So, dann probiere ich mal Störung F. Opera. Sorry, Opera ist Müll. Doch, doch, da war schon was, gell. Opera, chinesische Spyware, by the way. Ich liebe Opera. Also, sorry, aber Opera ist nicht besser als Chrome. Okay, aber das ist ja wurscht. Keine Kritik. Das ist einfach nur eine Geschmackssache. Nicht Opera unterladen. Klauen mehr Daten als Google. Weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber klauen Daten. Also klauen. Sie nehmen sie, speichern es halt einfach. Und verkaufen es. Opera verkauft seine Nutzerdaten an Dritte. Das stimmt. Macht Google Chrome aber auch. Leid, aber Opera-Werbung muss nicht sein. Ja, doch, doch. Er wurde schon darauf hingewiesen. Mal gucken. Ja, mal schauen, ob dann holt sie selber noch Bock hat darauf. Also, wie gesagt, ich war der Meinung so, nee, ich mach's da nicht nochmal. Dann hab ich nicht gewusst. Oder gefährlichste falsche Worte. Aber was kann da negativ sein? Einen stören. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Und was hab ich verpasst? Die klauen Daten. Beihandshalten verkaufen es. So wie halt eben fast alle. Also es kommt super oft vor. Also wenn dir das wichtig ist, dann musst du dich informieren. Weil es ist erstaunlich, wie viele Apps Daten speichern und weitergeben. Oder verkaufen. Und damit halt ihr Geld verdienen. So, das ist wirklich sehr modern geworden, die Welt, dass man da die Daten sammelt. Aber, ja. Es ist halt, ja. Danke an Opera fürs Sponsoren dieses Videos. Es gibt noch andere seriöse Termine, wo wir noch viel dümmere zu Spätcom-Stories passiert sind. Worüber andere sogar noch heute Jokes über mich machen. Denn ich musste mal zu so einem Seminar gehen, wo andere Leute irgendwas präsentieren. So auf professionell. Ui. Dafür musste ich dann zum ersten Mal in meinem Leben alleine in eine neue Stadt fahren, in ein Hotel. So auf erwachsen und so. Morgen ist das Event um 8. Also stell ich mir schon mal einen Wecker. Aber diesmal hatte ich mir gedacht, wenn ich mehrere Wecker stelle, kann das ja auch verwirrend sein. Was ist, wenn ich den allerletzten Wecker aus Versehen wegsnoose, weil ich denke, danach würde noch einer kommen. Und dann einfach weiter penne. Das wäre natürlich blöd. Deswegen kam ich auf eine super Idee. Ich stelle mir einfach nur einen einzigen Wecker. Weil, wenn ich den höre, weiß ich dann sofort, jetzt muss ich aufstehen und es kommt kein Wecker danach. Ich muss sagen, die Idee ist eigentlich schlecht. Ich habe dann den Wecker gestellt und bin danach schlafen gegangen. Und war aufgeregt auf den nächsten Tag. Das Beste, was man machen kann, ist den Wecker woanders hinlegen. Wenn das wirklich wichtig ist, ich muss aufstehen, dann tu das Handy nicht neben dich, sondern wirklich weit weg, dass du aufstehen musst für den Wecker. Ich bin dann aufgestanden und habe mir schon gedacht, ich fühle mich überraschend ausgeschlafen. Und der Wecker ging immer noch nicht los, als ob es noch so früh ist. Bis ich auf die Uhr geschaut habe. Elf Uhr. Es hat um acht Uhr begonnen. Und geht nur bis 12 Uhr. Ich habe den Wecker verschlafen! Dann bist Du voll umsonst da hingefahren. Nach Köln oder wo das war. Wo ist das? Ja das ist nicht Kölns zweit nach oben. Was könnteêm das sein? Düsseldorf. Ich muss sagen ich bin ja auch in Geometrie sehr schlechter Spiel. anbinden und ein Hotel gebucht habe. Ja, gut. Aber dadurch habe ich für die spätere Male, wo ich alleine gereist bin, doch bestimmt viel gelernt. Oder? Ich wünschte. Alleine reisen ist bei mir auch immer noch so eine Sache, was zu so vielen weiteren dummen Situationen geführt hat. Bei mir ist alleine reisen sogar recht gut, weil ich weiß, dass ich mich auf mich gestellt gebe ich Vollgas. Schwierig ist dann, wenn man zu zweit reist, weil dann mache ich plötzlich mein Hirn aus. Weil ich der Meinung bin, der andere wird schon mitdenken. Und dann ist es gefährlich, wenn diese Person denkt, ich denke mit. Dann denkt keiner mehr mit und dann war es das so. Das habe ich auch schon ein paar mal gehabt. Denn irgendwie gehe ich immer viel zu knapp. Wir flatschen nach 10. Bloß, wenn ich einen Zug erwischen muss. Einfach, weil ich noch die allerletzten Minuten ausschlafen will. Oder auch. Bei dieser Geometrie-Joke, da hat man Puppe gemacht vom Yoshi. Irgendwann Yoshi zu mir so, du der. Das war schon ein bisschen dumm, oder? Nicht so, warum? Naja, der hat gesagt Geometrie statt Geografie. Nicht so, das war ein Joke. Sicher? Nicht so, ja. Das hat der doch extra so krass betont. Aber irgendwie hat er das nicht mitbekommen. Der war voll so. Okay. Auch einfach nicht am Bahnhof warten möchte. Das heißt aber auch, immer paar Minuten, bevor der Zug gleich losfährt, komme ich meistens erst an. Oder verpass ihn. Als ich vor paar Wochen nach Düsseldorf musste, bin ich gena- Das soll Düsseldorf sein! HAAA! Ich report! Genau dann erst an meinem Bahnhof angekommen, als mein Zug hätte losfahren sollen. Ich bin dann zum Gleis gerannt. Und genau als ich angekommen war, vor meinen Augen, war der Zug noch da. Ich bin noch dran gekommen. Puh! Die Bahn ist nämlich zum Glück vier Minuten verspätet losgefahren. Das ist das einzige Mal, wo ich Deutsche Bahnverspätigung gut finde. Zum Glück bin ich bisher immer nur mit meiner Familie geflogen. Denn man soll ja immer mehr als drei Stunden vor Abflug schon... Boah, hatte ich bei Matera fliegen, war ich glaube ich eine Stunde, Stunde 50 oder so am Flughafen davor, vor Abflug da. Und war viel zu wenig. Alter Schwede, das war wirklich Chaos. Am Flughafen sein. Und HAAA! Ich könnte nie! Anstatt drei, Stunden früher irgendwo sein? Mach ich es? Andersrum. Lass das mich erklären. Denn meine peinlichste Zu-Spät-Komm-Story ist auf so vielen Ebenen dumm von mir. Ich wurde nämlich letztens von meinem Altmanagement zu einer privaten Weihnachtsfeier eingeladen. Und in der Nachricht stand sowas von Weihnachtsessen und coolen Leuten von denen. Und ich war noch nie bei sowas, also dachte ich mir, klingt geil! Ich hab mir dann direkt schon ein Bahnticket nach Bonn gekauft, weil deren Büro da ist. Sie haben mich später aber nochmal angeschrieben und waren so, hi the way, wir können auch Hotel- und Bahntickets für dich buchen, wenn du willst. Wait, sag das doch gleich! Ich habe sie dann nur noch mein Rückfahrt-Ticket und mein Hotel buchen lassen. Weil Hinfahrt hatte ich ja schon. Und das erste, was sass war, deren Rückfahrt-Ticket ging von Köln zu meiner Stadt. Und... Oh jeee! Das Hotel war auch in... Wie war das Bonn und Köln im Pferden? Ich war noch nie in Bonn, ich weiß gar nicht, wo das ist. In Köln. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Ach, so weit sind die Städte ja nicht. Ah, da! Oh, das sieht aber schon weit weg aus. Als dann der Tag war, bin ich in den Zug nach Bonn eingestiegen und hab mich auf die Leute und das Essen gefreut. Ich war also auf dem Weg. Es war aber echt kalt draußen. Und nach etwas suchen war ich dann fast an deren Büro. Ich wollte auch noch mal kurz per WhatsApp-Sorry sagen, dass ich schon etwas zu spät... Warum fährst du nach Bonn? Warum? Das ist... Hä? Also... Was soll da nicht nach... Und die müssen jetzt doch geschrieben haben, wo die Party ist, so. Das ist so geil. Du brauchst einen Daniel. Ich habe einen Daniel, der hilft mir bei sowas immer. Aber als ich die WhatsApp noch mal geöffnet habe... Das wäre so, als würde ich... Wir haben auch bald eine Firmenfeier von Online-Titans, also mein Netzwerk. Und ich weiß jetzt schon, das war nicht bei Daniel zu Hause oder so, oder irgendwo so ein... Wir feiern irgendwo in... War das auch... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Frankfurt? Ach, keine Ahnung. Irgendwo, aber nicht bei dem. ... habe ich noch mal die alten Nachrichten gelesen. Darunter die Einladungsnachricht. Und im Dunkeln, in der Kälte, im Nirgendwo, sowieso schon zu spät, habe ich es dann bemerkt. Blablabla, Weihnachtsfeier um 20 Uhr an die... Vor allem, die machen es immer schon brav so. Wann, wo, wie kommst du da hin, alles so. Diese Adresse in Köln. In Köln! Ich bin in der falschen Stadt. Ich bin hier falsch. Die sind in Köln am chillen, während ich hier in Bonn rumstehe. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, wie dumm ist das denn? Nein. Jetzt macht das mit dem Ticket und dem Hotel Sinn. Ich bin zurück zum Bahnhof gerannt. Und als ich nach etwas suchen, das Bahngleif endlich gefunden habe, ist die Bahn vor meinen Augen losgefahren. Das war so unlucky. Und die nächste fuhr erst in 30 Minuten los. Ich habe es mal gehabt, dass ich bei so einem Bahnhof war, wirklich gestrandet. Da war es dann wirklich so 270 Minuten nächste Bahn. Ich bin so 270. Was mache ich jetzt? Da habe ich mich damals in meiner damaligen Freundin, wir sind in so eine Sparkasse dann rein. Wir haben uns da auf den Boden gelegen, weil es war arschkalt und da drin war es wenigstens ein bisschen warm. Wir haben dann so an der Wand gepennt, wie so Menschen, die kein Zuhause besitzen. Und das Nervige war, das war Sonntag in der Früh, irgendwie so 2 Uhr morgens. Aber trotzdem kamen ständig Leute rein und haben gesagt so, geht es euch gut? Und ich bin so, bitte lasst uns einfach pennen. Bitte lasst uns einfach pennen. Wenn ich nach alternativen Routen suchen wollte, ist auch mein Handy-Akku leer gegangen. Ich stecke hier für immer fest. Es sei denn, ich frage jetzt einen Fremden hier nach dem Weg. Warte, wer ist das? Ist das etwa der neue Holziplasch? Andert als ich, kommt er nämlich pünktlich zu euch an. Und ihr kriegt sogar eine persönlich unterschriebene Autogrammkarte im Sammelkartendesign mit dazu. Oh Mann, wäre mein Akku nicht... Ist das für Moodrush? Wenn ja, dann kauft den und holt euch Wolki! Das süßeste Kuscheltier der Welt. Ne, achso Moodrush, genau! Moodrush! Cool! Könnt ihr gleich noch ein Wolki dazu holen. Wolki, das wohl coolste Kuscheltier der Welt. Los geht's. Für mich alle, würde ich jetzt auf shop.holzkopf.de gehen und mir den Holziplüsch holen. Wenn ihr jetzt vorbestellt, kommt er garantiert noch vor Weihnachten an. Also perfekt als Weihnachtsgeschenk. Ja, bei Wolki bestimmt auch. Ja, ja. Also, ja, okay, ich hatte eine Powerbank dabei und... Zweimal Werbung in einem Video, einfach noch dreist. Stimmt, gell? Oh nein, er ist geldgeil geworden, Leute! Konnte das laden. Aber trotzdem, es war kurz aus. Ich wurde auch angerufen und gefragt, wo ich bin. Und sie waren alle verwirrt, wie mir das passiert ist. Ey, ich weiß doch selbst nicht, Mann. Ich habe mir auch fast überlegt, ein Taxi zu holen. Die Bahnen kamen aber. Taxi von Bollnach, Köln. Was kostet das? 500 Euro? Mit etwas Verspätung. Und ich war dann nach weiteren anderthalb Stunden endlich da. Und die meisten anderen sind auch noch nicht gegangen. Ich konnte dann die Leute dort wiedersehen. Alle schon besoffen wahrscheinlich bis oben ran. Du bist doch noch gekommen, aber... Wie fandest du Mario Wanda so? Arschgeil. Weil ich so spät war. War vom Weihnachtsessen... Es war actually noch viel übrig. Wow! Daraus habe ich auch gelernt, plant Sachen besser. Und lest euch Einladungen genau durch. Da kann wichtiges Zeug drinstehen. Wie in dieser Einladung. Ich lade dich ein, dieses Video anzuklicken. Lese es gut durch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss diese Einladung ablehnen. Was ist denn mit meinem Browser los? Guck dir mal das an. Das dauert ja eine Viertelstunde, bis das Ding... Ich glaube, ich brauche einen neuen Rechner. Was ist denn hier los? Georg, Hilfe! Mein Rechner ist kaputt. Der ist echt zum Kotzen momentan. Er ist in den Trends, Leute. Nicht schlecht. Danke schön raus an, Holzkopf. Geiles Video. Hat echt Spaß gemacht. Ich finde die Animationen immer noch ultra, ultra cool gemacht. Das ist so ein speeder Boy. Und ich finde das sehr, sehr schade. Leute, wenn ihr so mal... Gerade bei so einem coolen YouTuber. Wenn ihr da mal wirklich in der Meinung seid, okay... ...z.b. so ein Placement-Partner gefällt mir nicht... ...dann bitte, seid doch einfach nett. Sagt so, hey, pass mal auf, Holzi. Das hast du bestimmt nicht mitbekommen. Aber hier der Link zum Morpheus-Video. Oder ich empfehle dir das Video. Das heißt so und so. Guck dir das mal an und so. Dass du mal Bescheid weißt, so... ...für was bei Opera schwierig sein könnte. So einfach ganz lieb und höflich sein. Was ist denn daran dabei? Irgendwie haben wir so ein paar Sachen noch gelesen mit irgendwie... ...die ein bisschen frecher sind und so. Das muss nicht sein, so. Ich finde, so einen... So jemanden darf man nicht demotivieren. Ich bin... Weil dann bin ich böse auf euch. Dann bin ich sehr böse auf euch. Wenn ihr Holzkopf demotiviert. Wenn er keinen Bock mehr hat, YouTube zu machen. Das ist nur noch Cutter für andere, oder? Er ist gar kein Cutter für andere, gell? Aber halt, wenn er keinen Bock mehr Videos machen hat. Das würde ich euch böse nehmen. Da wäre ich sehr, sehr... Da wäre ich sehr, sehr wütend. Leute! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann bis dann. Juhu!